Und alle deine Farben und deine Narben hinter den Mauern, ja ich seh' dich. Lass dir nichts sagen, lass dir nichts sagen, weißt du dann gar nicht. Oh Berlin, sing! Wie schön du bist. Sarah Connor zu Besuch im RTL Kinderhaus Magdalena in Berlin. Hier trifft sie Kathleen, David, Cheyenne und viele andere Kinder, die in den Problemen führen.